Die MAN Stadtbusreihe Line City ist mit innovativen, funktionssicheren Türsystemen ausgestattet. Vorgestellt werden die Varianten Innenschwenktür ISTP mit pneumatischem und ISTE mit elektrohydraulischem Antrieb. Sowie die Außenschwenktür ISTP mit pneumatischem Antrieb. Die grundsätzlichen Vorteile der MAN Türsysteme sind ein modulares Baukastensystem mit reduziertem Bauteilumfang und der Entfall von Justier- und Abschmiervorgängen. Der pneumatische Türantrieb der Variante ISTP wirkt direkt auf die Drehsäule und ist geschützt oberhalb angeordnet. Die WEG-Zeitüberwachung für den Funktionsablauf ist direkt im Antrieb der Drehsäule integriert. Der elektrohydraulische Türantrieb ISTE bietet besondere Merkmale. Einen sehr leisen Funktionsablauf, eine einfache Notbetätigung durch die automatische Freischaltung der hydraulischen Funktion und die Möglichkeit einer getrennten Türflügelbetätigung. Der pneumatische Türantrieb ISTP ist sowohl einflügelig als auch zweiflügelig verfügbar. Die spezielle Walzenführung mit geringem Spiel ermöglicht eine spannungsfreie Lagerung in allen Türstellungen. Das Federpaket für die Hubfunktion beim Aus- und Einschwenken ist komplett in der Antriebseinheit geschützt integriert. Die Türsysteme für MAN-Stadtbusse. Konstruktiv vereinfacht, flexibel einsetzbar und funktionssicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017